Hi, hier ist wieder Chris von Toptorials.com und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Excel einen senkrechten Monatskalender erstellen könnt. Das geht wirklich relativ einfach und wer es noch nicht weiß, ich habe natürlich auch schon ein Tutorial für einen Jahreskalender erstellt. Ein Monatskalender, der wie eine Tabelle aufgebaut ist, wo ihr alles übersichtlich auf einer Seite sehen könnt. Aber hier in diesem Tutorial geht es um einen senkrechten Monatskalender, damit ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel rechts daneben sowas ähnliches wie eine To-Do-Liste noch zu schreiben. Starten wir am besten auch gleich durch. Wir werden das so machen, dass in Zelle A1 die Jahreszahl steht. Ich nehme jetzt einfach mal 2019 und darunter will ich das so haben, dass der Monat eingegeben werden kann und zwar hier. Also schreibe ich links daneben einfach mal Monat, Monat, Doppelpunkt meinetwegen und hier nehmen wir mal den Februar meinetwegen. Darunter lasse ich einfach mal eine Zeile frei und dann werden wir das so machen, dass wir hier in diesem Bereich einfach mal eintragen, vollautomatisch wie viele Tage der Monat dann eigentlich hat. Das machen wir nachher über eine Formel, deswegen lasse ich das erstmal hier noch frei. Schreibe aber schon mal daneben Tage, weil da könnte jetzt links daneben zum Beispiel 28 Tage oder 30 Tage, 31 Tage stehen und so weiter. Hier drunter werden wir einfach den Monatsnamen voll ausgeschrieben automatisch eintragen lassen. Das geht auch super einfach. Wir werden einfach die beiden Zellen hier markieren und dann gehen wir auf das Symbol für Verbinden und Zentrieren. Ich klicke hier rauf, zack und das generieren wir nachher auch automatisch. Aber das machen wir gleich. Hier unten steht jetzt unser erster Tag von dem Monat und Jahr, was wir jetzt hier oben schon voreingetragen haben und das machen wir mit der Funktion Datum. Wir geben Gleichheitszeichen ein, schreiben Datum, Datum, Klammer auf und Datum erwartet drei Parameter. Einmal das Jahr und das haben wir hier oben eingetragen und das können wir natürlich dann auch immer ändern. Ihr könnt das natürlich auch händisch hier eintragen, aber da müsstet ihr jedes Mal die Formel ändern. Macht eigentlich keinen Sinn und deswegen ja auch dieser dynamische Kalender. Das heißt, nach der geöffneten Klammer klicke ich einfach auf Zelle A1. Der Wert wird ausgelesen, also A1. Dann steht dann später 2019 sozusagen in der Formel. Dann gehen wir ein Semikolon ein und tragen als nächsten Parameter den Monat ein. Das ist die Zelle B2. Einfach hier rauf geklickt. B2 wird eingetragen und der nächste Parameter ist der Tag des Monats. Und da wir einen Monatskalender erstellen und der erste Tag natürlich der erste sein soll, tragen wir hier nur eine 1 ein. Klammer zu, Enter gedrückt, fertig. Die Jahreszahl nehmen wir später raus. Das können wir alles über Zellen formatieren machen. Eigentlich eine ganz leichte Geschichte, aber das machen wir zum Schluss. Damit ihr seht, dass das dynamisch funktioniert, werden wir einfach mal die Jahreszahl ändern. Ich schreibe mal 2020 rein, also 2020 und trage hier einfach mal Januar ein. Also Monat 1. 1 eingetragen, Enter gedrückt und ihr seht, das passt sich an. Normalerweise könnte man den Monat jetzt weiterführen, indem wir jetzt hier reinklicken und dann soll der zweite erscheinen. Das würde theoretisch super easy gehen, indem wir ein Gleichheitszeichen eintragen, auf diese Zelle verweisen, also hier raufklicken und dann plus 1 schreiben. Plus 1 bedeutet ein ganzer Tag, also 24 Stunden. Und wenn ich jetzt Enter drücke, zack, bekommen wir auch den zweiten raus. Das Problem ist nur, wenn wir die Formel jetzt runter kopieren und ich mache das einfach mal bis Zeile meinetwegen 40 erstmal. Zack, ist noch ein bisschen zu weit, das geht rucki zucki hier. Und sagen wir mal bis 43 ist egal, dann seht ihr, sind hier schon Einträge drinne vom Februar. Und das müssen wir natürlich verhindern. Das heißt, der Januar endet ja hier und ihr seht bis zum 31. und hier fängt ja schon der Februar an und das wollen wir ja ausblenden. Und dafür brauchen wir natürlich weitere Formeln und zwar benutzen wir hierfür die Wenn-Funktion und die Funktion Monat. Ich setze das mal kurz wieder zurück, hier einfach auf dieses Symbol geklickt, also rückgängig geklickt und dann ist das erstmal weg. Und wir werden die Formel jetzt mal anpassen. Das heißt, mit einem Doppelklick klicke ich hier nochmal rein und werde mal ein paar Leerzeichen eingeben, damit wir das ein bisschen nach rüber schieben. Und was müssen wir in der Formel machen? Wir müssen eigentlich nur überprüfen, ob der Monat plus ein Tag immer noch der aktuelle Monat ist. Und das machen wir, wie gesagt, in einer Wenn-Funktion. Die Wenn-Funktion, die bekommt von uns drei Parameter. Der erste Parameter ist die Überprüfung. Also ich schreibe erstmal Wenn, Klammer auf. Und die Überprüfung wäre, wir wollen ja wissen, ob der Monat plus ein Tag aus der Vorzelle immer noch der gleiche Monat ist. Also gebe ich mal ein Monat, Klammer auf, dann die Zelle plus ein Tag, ob der immer noch, also erstmal Klammer zu für die Abfrage, also ob der Monat von dem Tag aus der Vorzelle plus ein weiterer Tag immer noch gleich ist von dem Monat, der in dieser Zelle steht. Also wieder Monat eingetragen, Monat, Klammer auf, und dann der Monat aus dieser Zelle. Wichtig ist aber, wenn wir das Ganze runterkopieren, ich möchte das zum Beispiel so, dass immer diese Zelle benutzt wird, also brauchen wir für die Zeile, also hier für die Zeile, einen absoluten Bezug. Das machen wir mit einem Dollarzeichen. Also kommt hier ein Dollarzeichen hin, das ist wie so ein Nagel, wird festgeballert. Das heißt, wenn wir das Ganze runterkopieren, bleibt das immer in Zeile 6 hängen. Da wir sowieso nur eine einzige Spalte haben, könnten wir auch einen komplett absoluten Bezug machen, spielt keine Rolle, aber ich mache das jetzt nur bei der Zeile, weil für mich reicht das. Hier mache ich die Klammer wieder zu für den Monat, und das ist die Überprüfung. Also ist der Monat von diesem Tag plus eins immer noch der Monat von diesem Datum hier. Also ein Semikolon eingetragen, und der zweite Parameter von der Wenn-Funktion ist der Bereich, wo wir eingeben können, was passieren soll, wenn die Bedingung zutrifft, also wenn die Monate gleich sind. Und das ist ja das, was wir jetzt hier schon eingetragen hatten, und was auch funktioniert hat, nur halt ein bisschen zu viel. So, das lösche ich mal alles wieder. Und wenn das nicht so ist, das wäre dann der dritte Parameter, ja, dann wollen wir gar nichts eintragen. Wir können natürlich irgendwas hinschreiben, aber macht ja keinen Sinn, finde ich jedenfalls. Aber, wie gesagt, könnt ihr auch einen Bindestrich oder sowas reinmachen, wie ihr wollt. Und ich werde hier einfach nur zwei Anführungszeichen reinsetzen, das bedeutet so viel, na, ich würde einfach eine leere Zelle ausgeben. Klammer zu, Enter gedrückt, und wir haben das gleiche Ergebnis wie vorher. Aber, wenn ich jetzt das Ganze runterkopiere, ich mache das jetzt einfach mal, das geht rucki zucki, also der Rechner ist so schnell. Ähm, wir machen das mal bis 37, glaube ich, ist das ungefähr, 36, 37, schauen wir gleich mal. 36, zack, und ihr seht, das passt perfekt, bis 36. Und wenn ich das jetzt weiterkopiert hätte, und zwar, wo ja schon der erste, zweite Anfang wurde, dann seht ihr, steht hier schon nichts mehr, weil durch die Wenn-Funktion wird das nicht mehr angezeigt. Da wir jetzt allerdings ein Problem mit unserer Formel bekommen, seht ihr, dass wir hier so einen Wertfehler bekommen. Und den können wir ganz einfach ausblenden, indem wir das Ganze, was wir jetzt gerade geschrieben haben, in eine Wenn-Fehler-Funktion packen. Also, ich gehe nochmal zurück, klicke nochmal zurück, bevor wir das kopiert haben, zack, klicke nochmal doppelt rein, und jetzt packen wir das Ganze in eine Wenn-Fehler-Funktion. Also, Wenn-Fehler, ja, einfach so geschrieben, Wenn-Fehler, natürlich mit zwei N, so, zack, Klammer auf, da kommt die ganze Formel rein, die wir jetzt gerade geschrieben haben, und am Ende dieser Formel, das ist ja das, was wir gerade eingetragen haben, komplett, und am Ende werden wir ein Semikolon eintragen, und da soll dann drinstehen, was passieren soll, wenn dieser Wertfehler, den wir gerade hatten, normalerweise erscheinen würde. Und da gehen wir einfach wieder zwei Anführungszeichen oben an. Das heißt, Wenn-Fehler so aufgebaut, dass wir Wenn-Fehler eine Funktion übergeben können, und sollte diese Funktion einen Fehler ausgeben, dann können wir bestimmen, was anstelle des Wertfehlers, der normalerweise angezeigt wird, hier angezeigt wird. Und das ist wieder gar nichts. Auch hier drücke ich wieder Enter, zack, wir bekommen das Gleiche wie vorher, werden das Ganze wieder runterkopieren, ich hoffe, das klappt jetzt diesmal ein bisschen ruhiger. So, wir gehen mal bis 37, wir gehen mal bis 40, zack, und ihr seht, jetzt wird hier kein Wertfehler mehr angezeigt. Ich werde das trotzdem wieder nach oben setzen. Achtet darauf, wenn ihr da oben eingetragen habt, zum Beispiel Februar, dann habt ihr nur 28 Tage die Markierung, die ich jetzt hier setze, oder besser gesagt, das Kopieren, das muss natürlich bis zum 31. vorgenommen werden, sonst, wenn ihr da den Februar drin habt und bei 28 aufhört, dann hat jeder Monat bei euch nur 28 Tage. Also achtet darauf, dass es auch wirklich bis zum 31. funktionieren könnte. Ich lasse das hier los und damit sind wir hier schon mal fertig. Hier möchte ich jetzt den Monatsnamen haben, ganz easy Geschichte, einfach nur ein Gleichheitszeichen eingetragen, auf diese Zelle verwiesen, wo das komplette Datum drin steht, ganz wichtig, zack, raufgeklickt, B6 wird eingetragen, Enter gedrückt, zack, und wir bekommen wieder den Eintrag vom gesamten Datum, aber das können wir über Zellenformatieren ändern, einfach rechte Maustaste, dann Zellenformatieren wählen, das ist hier, zack, und dann bekommen wir hier so ein Dialogfeld. Und ich mache das immer so, man kann das zwar jetzt über Datum zum Beispiel raussuchen, wenn das da drin steht, ich mache das benutzerdefiniert, ich klicke hier rein und trage als Typ ganz einfach ein M, 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 M. Das erste M steht für die Zahl des Monats, also Januar 1, Februar 2 und so weiter, ohne führende Null, das heißt, da steht dann wirklich bei Januar nur 1, habt ihr zwei M, dann steht dann 0,1 oder 0,2 für Februar, drei M ist die Abkürzung für den Monatsnamen, also Jan, Feb, mehr und so weiter, und vier M ist der voll ausgeschriebene Monatsname, also wenn wir vier M bei Typ haben, dann können wir auf OK klicken, zack, und dann wird der Monatsname hier eingetragen. Wir werden das Ganze mal fett machen hier, dann die Jahreszahl auch mal ein bisschen größer machen hier, nehmen wir mal 14 und meinetwegen auch nochmal fett, und dann werde ich als erstes jetzt doch nochmal die Jahreszahl hier entfernen, mit der Steuerung, also wenn die Zelle hier markiert ist, mit der Steuerung, Shift und Pfeil nach unten Taste, zack, landen wir in der letzten Zelle, wo wir etwas eingegeben haben, wenn hier keine Unterbrechungen sind. Wenn das alles markiert ist, wir können das natürlich auch normal mit der linken Maustaste aufziehen und dann genauso markieren, und wenn ihr das gemacht habt, dann mit der rechten Maustaste einfach wieder reinklicken, dann Zellen formatieren, und auch hier werde ich wieder benutzerdefiniert, das selbst eintragen, denn das geht wirklich relativ einfach. Also über Datum könnt ihr das auch raussuchen, aber so versteht ihr dann auch gleich mal, was die Buchstaben teilweise bedeuten. Ihr seht ja, hier ist ja momentan tt.mm.jjjj, also das heißt, zwei t's, Tag des Monats mit führender Null, dann Punkt für die Trennung zwischen Tag und Monat, dann zwei m's für den Monat als Zahl mit führender Null, also 01 für Januar, 02 für Februar, und dann wieder ein Punkt als Trennzeichen zwischen Monat und Jahr, und dann vier jahres für die Jahreszahl, und zwar vierstellig. Theoretisch brauchen wir jetzt hier nur die zwei j's wegnehmen, ach nee, wir wollten die ganz weg haben, also löschen wir das alles, dann bleibt nur noch tt.mm, also Tage mit führender Null und Monat mit führender Null, ich klicke auf OK, zack, und dann sieht das so aus. Links daneben möchte ich jetzt die Wochentage haben, das heißt, ich klicke hier rein, gebe ein Gleichheitszeichen ein, und verweise einfach auf diese Zelle. Dann bekommen wir wieder ein Datum, ja klar, logisch, wir bekommen ja das gleiche Ergebnis, einfach Enter gedrückt, und ihr seht, wir bekommen den ersten ersten, aber auch das lässt sich formatieren, einfach reingeklickt, mit der rechten Maustaste, Zellen formatieren, gewählt, und hier können wir das genauso machen, wie mit dem Monatsnamen, hier können wir einfach mit drei T's jetzt, eins, zwei, drei, die abgekürzte Variante des Wochentages nehmen, nehmen wir vier T's, dann hätten wir den voll ausgeschriebenen Wochentag, aber das ist mir da zum Beispiel zu lang, also reicht mir Mo oder Die für Montag und Dienstag, einfach hier die drei T's eingetragen und OK geklickt, und ihr seht, das Ganze funktioniert. Hier können wir jetzt mit einem Doppelklick das Ganze nach unten hin ausfüllen lassen, einfach hier doppelt draufgeklickt, zack, dann wird das automatisch eingetragen, und ihr seht, das funktioniert genau bis zu diesem Punkt. Wenn wir jetzt den Kalender wieder ändern, dann seht ihr auch, die Wochentage passen sich natürlich an, nehme ich jetzt zum Beispiel Februar, zack, dann wird hier alles aktualisiert. Jetzt bin ich gerade auf das Maus-Rädchen gekommen an der Seite, dann verschiebt sich das Ganze hier komplett. Wir gehen hier nochmal von nach vorne. So, als nächstes werde ich mal die Tage berechnen lassen, das geht auch super einfach, und da brauchen wir bloß den ersten Tag des nächsten Monats, minus den ersten Tag des aktuellen Monats nehmen, und da haben wir die Differenz, das heißt, ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, schreibe Datum, Klammer auf, ihr wisst ja, Datum erwartet drei Parameter, Jahreszahl, die steht hier oben, Semikolon eingetragen, Monat, der steht hier, Semikolon, und dann eine 1, Klammer zu, aber wir haben ja gesagt, wir müssen das ja gleich abziehen, also nehmen wir den Monat, plus 1, kopieren das Ganze, mache ich einfach mal so, damit ihr seht, dass auch das funktioniert, kopiere das Ganze, und schreibe hier hinter Minus und füge das wieder ein mit STRG-V, also das konntet ihr jetzt, das hat schon wieder weggerutscht, das Ding hier kann ja wohl nicht wahr sein, okay, so, also, wenn ihr das markiert habt, dann mit STRG-C kopieren, hier füge ich das wieder ein mit STRG-V, nehme aber das plus 1 hier raus, das heißt, ich ziehe nur das Datum ab, was hier jetzt steht, von dem Datum plus 1 Monat. Wenn ich jetzt Enter drücke, zack, dann bekommen wir 29 Tage, 2019 waren das zum Beispiel nur 28 Tage, also 2019 eingetragen, Enter gedrückt, und ihr seht, das sind 28 Tage. Januar 31, also gebe ich hier mal eine 1 ein, und ihr seht, 31 Tage. Wir benutzen jetzt noch die bedingte Formatierung, damit wir sehen, was ist ein Wochenende, und dafür markieren wir wieder den ganzen Bereich, entweder wieder mit der linken gedrückten Maustaste den Bereich aufziehen, oder wie eben hier reingeklickt, STRG-Shift und Pfeil nach Rechts-Taste und danach die Pfeil nach unten-Taste, zack, und dann ist auch alles hier markiert. Achtet darauf, wenn ihr im Februar seid, habt ihr hier nur 28 Tage, aber achtet darauf, dass trotzdem die Markierung etwas größer ist, vor allen Dingen, wenn ihr das mit der Hand jetzt aufgezogen habt, dann sagt ihr, hier ist ja schon Ende, ihr müsst es also so runterziehen, dass auch der 31. mit markiert wäre, wenn da ein 31. vorhanden wäre. Wenn wir das hier haben, gehen wir einfach auf bedingte Formatierung, einfach hier raufgeklickt, dann neue Regel, dann bekommen wir hier so ein Dialogfeld. Hier gehen wir auf Formel zur Ermittlung, der zu formatierenden Zellen verwenden, einfach hier raufgeklickt, und geben jetzt unsere Formel hier ein. Normalerweise könnten wir jetzt nur die Funktion Wochentag benutzen, also Wochentag überprüft ihr, ja, was ist das für ein Tag innerhalb der Woche, aber das reicht leider nicht ganz aus. Da wir alles hier markiert haben, müssen wir natürlich auch checken, ob hier eine Zahl drin steht, weil sonst hättet ihr auch Markierungen im Februar, wenn der Februar zum Beispiel nur 28 Tage hat und fällt jetzt zum Beispiel auf einen Freitag, dann hättet ihr hier unten zwar nichts mehr zu stehen, aber die Zellen würden mit markiert werden, weil ja dann auch schon ein Samstag, Sonntag zum Beispiel hier drin wäre. Also müssen wir noch über Ist-Zahl schauen, ob hier überhaupt etwas drin steht. Ich trage die Formeln erstmal einzeln hier ein, das ist relativ klein, leider, aber ich schreibe die Formeln ja meistens da unten sowieso nochmal hin, dann seht ihr das ein bisschen besser. Und zwar nehmen wir erstmal Wochentag, Wochentag, dann die Zelle, die als allererstes markiert wurde. Bei mir ist das die Zelle A6, also da steht der Wochentag vom Ersten drin, also das ist auf jeden Fall der erste oder die erste Zelle, die ihr angefangen habt zu markieren. Das ist ganz wichtig, also die erste Zelle, die ihr anfangt zu markieren, das ist die Zelle, die jetzt auch hier drin stehen muss. Wie gesagt, bei mir ist das A6 gewesen, zack, dann gehen wir als nächsten Parameter ein, welches Bezugssystem. Wir haben zum Beispiel das so, bei uns hier der Montag ist der erste Tag der Woche und deswegen müssen wir eine 2 eintragen. Es gibt nämlich auch welche, für den ist Sonntag der erste Tag der Woche. Bei uns ist halt der Montag, also muss da eine 2 stehen. Klammer zu, jetzt wird einfach überprüft, hm, was ist das für ein Tag? Und wir wollen ja wissen, ist der größer als 5, also 6 und 7 für Samstag und Sonntag, also größer 5. Die nächste Bedingung, wieder ein paar Leerzeichen dazwischen, ist, ist Zahl. Wir wollen überprüfen, ob in der Zelle überhaupt eine Zahl steht. Ist die Zelle leer, soll ja nichts passieren, also soll ja nicht markiert werden. Also schreibe ich ist Zahl, ist Zahl, und auch das wieder für die Zelle, die wir als erstes markiert haben. Wieder die Zelle A6, ist unser Bezugssystem sozusagen, A6, oder unser Ausgangspunkt besser gesagt. Zack. Diese beiden Varianten packen wir jetzt in eine Und-Funktion. Und ihr müsst euch vorstellen, die Und-Funktion ist so aufgebaut, dass jeder Parameter, also jede Überprüfung, muss wahr sein, damit die Und-Funktion wahr zurückliefert. Das heißt, beide Bedingungen müssen erfüllt sein, wenn wir das jetzt in einer Und-Funktion packen, damit wahr zurückgeliefert wird, und damit die bedingte Formatierung anschlägt. Also schreibe ich gleich wahr, ne Quatsch, nicht wahr, sondern und, Klammer auf, packe die erste Bedingung rein, gebe ein Semikolon ein, packe die zweite Bedingung ein, das ist ja das mit ist Zahl, ah, jetzt rutscht der, man muss immer aufpassen, ich vergesse das jedes Mal, wenn ich die Pfeiltasten bewege, bekommen wir sofort eine Zelle dort eingetragen, ihr seht übrigens jetzt hier nochmal, wenn ihr das markiert, ist ja diese besonders markiert, die ist ja jetzt hier hell, also das ist dann die Zelle A6, und das ist genau die Zelle, die dann mal hier stehen muss, damit das Ganze funktioniert, und wie gesagt, wir haben jetzt die Und-Funktion, Klammer auf, dort drinnen, die erste Bedingung, dann durch ein Semikolon getrennt, die zweite Bedingung, und das Ganze wieder mit einer schließenden Klammer für die Und-Funktion, dann gehen wir noch ein Format an, das machen wir hier über Formatieren, weil momentan ist noch kein Format festgelegt, raufgeklickt, und ich nehme meistens ja hier sowas wie eine Hintergrundfarbe, wir gehen mal auf Ausfüllen, und ich nehme jetzt momentan so ein leichtes Grau, ihr könnt natürlich noch viel mehr machen, ihr könnt ja hier mal reingucken, was ihr hier noch alles einstellen könnt, auf jeden Fall seid ihr da schon mal relativ flexibel, ich klicke dann auf OK, zack, ihr seht, jetzt wurde das schon so geändert, wir könnten das vielleicht mal so machen, dass sogar die Wochenenden halt fett sind, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, wir formatieren das nochmal, gehen auf Schrift, und wählen uns hier einfach nochmal fett aus, drücken auf OK, dann seht ihr, das ist auch jetzt fett geworden, und wenn ich jetzt auf OK klicke, zack, dann seht ihr, Samstag und Sonntag wird markiert, und das durch den ganzen Kalender hindurch, so, wir ändern jetzt nochmal kurz den Monat, damit ihr seht, dass sich das hier automatisch anpasst, ich nehme jetzt einfach mal März, zack, und ihr seht, das passt sich vollautomatisch an, hier rechts werde ich jetzt einfach nochmal Aufgaben reinschreiben, Aufgaben, Enter drücken, und ja, wir machen das natürlich auch mit der gleichen Formatierung, hier nochmal fett reingeballert, das ist ein bisschen breiter, und das war es auch schon wieder, ich hoffe, ich habe jetzt hier auch nichts vergessen, ihr seht, ihr habt jetzt einen dynamischen, Monatskalender, bis auf ein paar Zusatzfunktionen, in den Formeln, war das eigentlich nach meiner Meinung relativ easy, und ich hoffe, der eine oder andere konnte jedenfalls mit dem Tutorial was anfangen, und konnte was mitnehmen, freue mich wie immer über einen Daumen hoch, natürlich, und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir wieder sehe, alles klar, bis dann, ciao, ciao! Das war's! Das war's! Vielen Dank.